So und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Modern Warfare 2 Hier mit den üblichen Spackos, wir machen Autozuweisungen So, jetzt bin ich gespannt Oh, schon wieder ich und Gannis im Gegner-Team Und ich spiele diesmal mit Paddy So, diesmal nehme ich auf Yeah Aber hoffentlich 30 Sekunden später, Aufnahme wurde unterbrochen Ja, aber echt Passiert Alter, 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 alter Nein, ich fall schon, alter, scheiße Die sind bei B Okay Es wird bei WC, muss mir jetzt hinleiten, ich weiß nicht mehr, wohin Hast du unbekannte Maps? Die Bombe wurde platziert! Leute Juli Ja, okay, Sauter vorbei Ja, ha, ha, ha Aber es ist noch nicht vorbei Die, die hast du nicht getroffen Ja, da hab ich die noch gesehen, na, hab ich dacht, die kommt, die kommt, die kommt, die ja noch Ja, guckú Oh59 Ingedien ل plämmisches Mit einem Schuss Ja, waas Du mit einem Schuss Ja Du mit einem Schuss Man muss sein Ja, wahrscheinlich Floyet Amist immer Karina wo kämpft ihr jetzt um da sind eben nicht da wo du bist glaube ich auch nicht da wusste ich doch dass da was kommt ich mache ich ich habe eine glatze jannis hat die bombe warum messe ich halte keine g18 guck dir mal an ich messe dann noch pass auf guck guck so verrecken ok gut sardhaft durch die bombe perfekt nein warum ok jannis hat sie du bist doch was geht denn du bist mir voll vorbeigeschossen ich bin kein einziges mal getroffen auch nach schocken ok wo ist jannis nicht bei mir bei mir auch nicht bei mir mit verarschen glaube ja das war doch guck der jannis kann zu ich guck zu ich bin hier gechillt hey wo ist der nicht ab bei den starten da war es zumindest also der da oben ja genau ja das war ich bin es auch heiß als wird mir niemand anrufen mit der Bombe was ja das hört sich so an als würde mir niemand anrufen mit der Bombe so ist fast so wie wenn die Wenz-Fax die Nummer ich hab nur Jonas rausgekriegt ach so doch nicht Jonas spiel hier nicht mit jetzt nicht aber gleich wo wird geschossen alle beide bei B beide bei B ja Ende die Mission du bist als einziger übrig musst aufpassen äh nein 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 warte wo da drinnen nein wo jetzt gib ihm hart ich sehe ihn nicht Alter ich dachte ohne G18 ach so ich bin G18 ich hab G18 äh oder war er jedenfalls wo ich gerade abgekratzt bin boah legt ihn doch den Müsschen hart ach komm wuuu warte hab ich jetzt bis 12 eingestellt ach du scheiße ich hab Bullshit eine Frage ist oder sprichst du mit den Standart Ausrüstung ja suche ö ö ja ok er hat ja das T-Shirt gewandt ähm und noch ein Noob hier Vorräte sind unterwegs Aufklärungsdrohne online Scheiße, den darf ich jetzt nicht verwenden. Was denn? Steelbombe. Ja, klar. Nee, nicht höher wie Predator. Oh fuck, ich habe ihn noch gerade gesehen. Andere ist bei B. Alter. Nach Land, nach Land. Ah, was geht denn, was geht denn, wo bist du? Da ist er, nein, da ist er noch. Da. Messer doch. Alter, guck mal wie rot ich bin, alter. Pass mal auf wie rot ich bin. Ah, nein, nein. Das Ziel zerstören. Boah. Ey, Patty, dein Ernst? Mach, kommst du mal. Ja, hast du gebraucht. Auch nur, wenn ich sie mir... Eines sind, diesen beiden zum Haus drin. LOL. LOL, wie ging das bitte von oben rein? Der andere war da. Wie weit bin ich, bin doch übel weit weg gewesen. Ich weiß nicht. Scheiße, der ist oben in dem, in dem, in dem, in dem, in dem Dingshaus da drin bei A. Da, wo ich immer rein camp. Wer lebt denn noch? Sortoff, du lebst noch, gell? Nein. Nein. Okay. Die Bombe wurde platziert! Granate, Granate, Granate. Da, du hast ihn gesehen, du hast ihn gesehen. Oh, Patty. Der ist direkt da hinter dem... BAM! Trotz geflasht! Alter! Die Waffe kann nicht mehr, ey. Dark, bin noch geflasht. Bam, 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 bam. Ich hab keine Ahnung. Guck mal, die schöne Postkalle, die da oben rüttet. Das ist unruflich. Hm, das ist ein Wechsel. Warte, wir müssen verteidigen, glaub, ja? Mhm. Die Teams sind scheiße. Ja. Ach, nö, du. Lass mal so. Wie wär... Wie hättest du denn gern anders? Warte, ich hab doch hier grad einen gehört. Nein! Äh, es, äh, ist beim Spawn, bei den ihren zu Ende grad gewesen. Spawn. Ja. Pass auf. Ob das über... Ne, das ist er nicht, ne? Ja, da liegt der Deal, da liegt du ja. Die Borde wurde platziert! Oh, dann hab ich aber jemanden ganz dick fett getroffen. Äh, geh, 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 rechts da. Alter. Ich hab's dran gesehen. Oh, Mama. Hm. Wir haben die Runde vorgekommen. Wieso tauchst du da plötzlich wieder auf? Bo. Du warst weg, nicht? Da tauchst du plötzlich wieder auf. Tja, ne? Jetzt sag gar nicht. Du hast deine Mausempfindigkeit ein bisschen hoch. Hä? Hast du dir die Mausempfindigkeit ein bisschen hoch? Das hat bei mir übelst gelenkrad. Ja, ich hab die ziemlich hoch. Boah, jetzt hat niemand die scheiß Bombe genommen. Ach, wo ist die Bombe? Ach, wie war's. Oh, come on. Warte, was passiert, wenn ich den... Nein, nein, nein! Oh Mann, ich war nicht gerade am Eins-Sitz! Oh, Scheiße! Äh, bei A-Spot! Oh, viel Spaß! Wieso? Ich bin platziert! Na, in der Ecke, Alter! Wieso? Entschuldigung, der läuft rein, läuft rein, Tunnelblick, Tunnelblick! Pettigale Tunnelblick! Meine Fresse, Alter! Komm, lass zur AG! Okay. Verbündeter Luftschlag kommt! Ich hab ihn außerhalb gesetzt, keine Angst. Du bist auf dich allein gestellt! Du bist auf dich allein gestellt! Ja, ich kann's halt! Gipi! Ja! Hey, geh doch auf dein P rein, du... Oh, ich hab mich selber geflasht! Geh doch einfach P, scheiß drauf! Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix Nein, Alter, wie oft hab ich auf dich drauf geballert? Oh Gott Oh, wie lange hab ich auf dich drauf geballert, Juli? Gut gemacht, Alter, mein Kopf wird warm Boah, das kann doch gar nicht sein Ja, die hacken wir alle Na klar hacken wir Ah ja Aha Das Ziel zerstören Was hat die denn? Einer Block aus, einer Block aus Der andere noch, oh, hinten aus Scheiße Beide in den Block aus Da? Ja Was, wo? Ja, da Der ist auf dem Boden, unten hast du gesehen Was? Wo? Lol, ich hab dich nicht getroffen Nö Oh, leck mich, ich hab grad voll Schiss Der könnte jede Zeit um die Ecke kommen Der kommt doch immer Äh, Gott, da ist es weiter Fuck Oh, God Alter Ja, Petti ist grad sehr schlau Echt jetzt? Ja, anscheinend Glaube ich aber irgendwie nicht Ich hab Angst Ich hab dich spiele erst seit vorgestern Ja, also meckere nicht mit mir, wenn ich irgendwas falsch mache Nö, nö, meck mir nicht Du bist gar nicht mehr so schlecht Du bist sogar besser wie ich Oh, ich hab Schiss Oh, Gott, 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 Gott Alter, wo ist denn? Die Wände wurden kassiert Oh, ich hasse Da Da kann man nicht schießen Du hast eine andere Waffe, du Du hast doch nur UMP dabei Nee Na klar Nee Du Aufkläre UMP Du bist ja Neger Das Ziel zerstören Mann, ich hab keinen Bock mehr drauf, älter Okay, keine Backsteinhaus Oh Ich seh die gar nicht Ich hab einen gehört Fuck, fick dich, Yannis Buf Nö, der A Beide, beide, beide A Du hast sordhaft gehört, weil ich Ninja bin Nö, he, he Oh, Leute Off Nein Schade Ey, fast Ihr seid beide auf einem Fleck, das ging schon mal schlecht aus Es wär geil geworden, ich wär nicht stehen geblieben Ins Knie rein